Was macht Männer in der Politik noch glücklicher, als wenn sie etwas richtig gemacht haben? Genau, wenn Frauen etwas falsch gemacht haben. Insofern war das eine sehr gute Woche für alle politisch engagierten XY-Chromosomen, denn es hat gleich zwei Frauen erwischt. Die eine ist endgültig über einen Fehler gestolpert, die andere ist zumindest angeschlagen. Die Rede ist natürlich von Franziska Giffey und Annalena Baerbock. Was da los war, was das für Konsequenzen hat und warum die Herren der Schöpfung trotzdem irgendwie nicht die große Sie können es einfach nicht, Keule rausholen können. Das alles jetzt. Große Überraschung, vier Monate vor der Bundestagswahl. Die Familienministerin Franziska Giffey ist zurückgetreten. Es gab schon sehr lange Diskussionen um ihre offensichtlich großflächig fremdinspirierte Doktorarbeit. Die FU hatte deshalb sogar schon eine Rüge gegen sie ausgesprochen. Eine Maßnahme, die es im Berliner Hochschulgesetz überhaupt nicht gibt und die die FU extra für Franziska Giffey erfunden hat. So ein bisschen wie wenn ein Lehrer zu seiner Lieblingsschülerin sagt, nein, du bekommst keinen Tadel und du wirst auch nicht der Schule verwiesen. Aber du musst ab jetzt diesen Topfdeckel der Schande tragen. Jetzt sollte Frau Giffey der Doktortitel endgültig aberkannt werden und dieser Schmach wollte die Familienministerin offensichtlich zuvorkommen. Jo, ich würde mich ja jetzt gerne über die ganze Geschichte aufregen. Es gibt aber leider ein kleines Problem dabei. Doktortitel von PolitikerInnen sind mir kackebumsegal. Ja, da höre ich jetzt natürlich die ersten Fragen. Aber was ist denn mit dem Karl Theodor von und zu und außenrum Guttenberg? Riechst du dich über den nicht auf? Doch, natürlich. Aber der hat ja nicht nur dreist abgeschrieben. Der ist ja auch noch so ein schrecklich aufgeblasener Gutsherrn-Gockel, der jetzt sein Glück als Lobbyist versucht und nur noch im Zusammenhang mit so deutschen Top-Unternehmen wie Augustus Intelligence und Wirecard auftaucht. Und die Bild liebt ihn. Ich meine, den muss man doch hassen. Franziska Giffey zu hassen, da müsste man sich dagegen schon sehr anstrengen. Gut, manche schaffen es trotzdem. Ich meine, hallo, es ist 2021 und wir haben Twitter. Kein Mensch braucht mehr gute Gründe, um jemand anders zu vernichten. Hauptgrund für die Attacken gegen Giffey ist, dass sie weiterhin an ihrer Spitzenkandidatur für die Berliner Abgeordnetenhauswahl festhält. Aber auch da denke ich mir, wo ist da der Skandal? Ich meine, um in Berlin was zu reißen, brauchst du doch keinen Doktortitel. So wie ich Berlin und die Berliner bisher erlebt habe, brauchst du da höchstens ein abgebrochenes Studium vom Mailander Institute of Design und jetzt so eine crazy Start-Up-Idee für so eine App zum Shared Economy Personal Branding Development. Das wird so abgehen. Und selbst zum Regieren brauchst du in Berlin keinen Doktortitel. Ich meine, als regierender Bürgermeister in Berlin, was muss man denn da können? Bauprojekte versemmeln? In Bund-Länder-Konferenzen angepisst neben Söder sitzen? Und an Silvester die ZDF-Übertragung vom Brandenburger Tor ertragen, ohne unter die Quadriga zu kotzen? Das schafft man doch. Der wirkliche Skandal bei der ganzen Geschichte wird meiner Ansicht nach völlig übersehen. Nämlich, dass der Posten der Familienministerin bis zur Bundestagswahl nicht neu besetzt wird, sondern, Achtung, von der Justizministerin miterledigt wird. Und jetzt mal Frau Lambrecht in allen Ehren. Und ich weiß, dass Frauen prinzipiell besser im Multitasking sind als Männer. Aber dass sich eine Justizministerin in den nächsten vier Monaten noch besonders leidenschaftlich in die Belange des Familienministeriums einarbeitet, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Außerdem, wer sagt denn, dass es nur vier Monate werden? Letztes Mal hat die Kabinettsbildung fast ein halbes Jahr gedauert. Und ich will nicht schon wieder das Kölsche Eierkopf-Orakel rausholen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal eher noch ein bisschen mehr wird. Soll heißen, mitten in einer Pandemie, in der viele Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, da schaltet man ausgerechnet das Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche einfach mal auf Stand-by. Und wenn Sie nicht wissen, wo da der Skandal liegt, dann stellen Sie sich dasselbe einfach mal mit dem Wirtschaftsministerium vor. Apropos Skandal. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock musste diese Woche zugeben, dass sie vergessen hatte, Nebeneinkünfte in Höhe von 25.000 Euro aus den Jahren 2018 bis 2020 an die Bundestagsverwaltung zu melden. Die Einnahmen stammen aus Boni für erfolgreiche Wahlkämpfe und Weihnachtsgeld. 25.000 Euro Weihnachtsgeld in drei Jahren? Hm, naja, diese selbstgeschmiedeten Plätzchen-Ausstecher von Manufaktum, die sind auch wirklich sehr teuer. Das ist ein grober Schnitzer, da könnte der politische Gegner jetzt schöne Kampagne draus schnitzen, wenn die Unionsabgeordneten nicht selber gerade noch bis zu ihren überteuerten FFP2-Masken in Korruptionsskandalen stecken würden. Ich meine, seien wir mal ehrlich, 25.000 Euro, dafür suchten Unionsabgeordnete doch nicht mal die Telefonnummer von Jens Spahn raus. Bei der CSU hat man sich gedacht, egal, wir machen es einfach trotzdem und hat bei Instagram ein Bild gebastelt mit Annalena Baerbock und Kackhaufen-Emojis und der Überschrift Grüne Doppelmoral und auch noch einem eigenen Hashtag Verdienen wie Baerbock. Ja, verdienen wie Baerbock oder wie man als CSU-Abgeordneter sagen würde, arm. Zum Glück kann man die Grünen ja auch noch inhaltlich stellen, zum Beispiel beim Thema Kurzstreckenflüge. Diese Woche meinte Annalena Baerbock nämlich, diese Flüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben. Die Aufregung war groß, bei Twitter trendet gerade der Hashtag Baerbock verhindern. Ah, Twitter, so viel schlauer und zivilisierter als Facebook. Und auch zahlreiche Unionspolitiker sind auf den Zug aufgesprungen, allen voran natürlich Friedrich, mir ist schon lang nichts mehr peinlich, Merz. Der meinte zu der ganzen Sache, sollen die Leute in Zukunft mit dem Lastenrad nach Mallorca fahren? Äh, nee Fritz, es geht um Kurzstreckenflüge, also innerhalb Deutschlands. Ja eben, Mallorca. Äh, äh, ach, egal. Schönes Wochenende. Bitte abonnieren Sie diesen Kanal, geben Sie einen Daumen hoch und schreiben Sie einen kleinen Kommentar, damit sich diese aufwendige Friedrich-Merz-Verkleidung gelohnt hat. Vor allem das Haarteil.